Mein Name ist Sarah und ich wohne momentan so ein bisschen zwischen Winterthur und Zürich. In meiner Freizeit mache ich einerseits sehr gerne Drap-Performances und engagiere mich aber auch sehr gern für die Queer-Community in der Schweiz. An einer Freundschaft ist mir wichtig, dass man füreinander da ist, dass man ehrlich ist, dass man vor allem auch kommuniziert. Ich meine, wie jegliche anderen Beziehungen funktioniert auch eine Freundschaft mit Kommunikation und Ehrlichkeit und ich glaube, solange man das auf diesen zwei Dingen basiert und einfach auch wirklich die ganze Zeit ehrlich ist, dann funktioniert eine Freundschaft sehr, sehr gut und je nach Maß dann auch, wie tief die Freundschaft gehen kann. Eine gute Freundin macht vor allem Tätigkeit, also was sie für mich macht, was ich für sie mache, so einfach wie wir auch ein bisschen harmonieren. Ich glaube, das macht die Freundschaft mega fest aus. Man versteht sich mit verschiedenen Menschen einfach auch verschieden. Für mich wichtig ist einfach, dass man ehrlich ist, auch wenn manchmal einfach Dinge nicht gut laufen, dass man das auch ansprechen kann und dass man voreinander da ist vor allem. Ich glaube, das ist das Wichtigste für mich, dass auch ein gutes Gefühl entsteht. Mich als Freundin zeichnet aus, dass ich, ich gebe sehr viele für meine Freundschaftsmenschen und das tue ich auch sehr, sehr gerne. Ich glaube, es gibt auch Situationen, wo ich vielleicht ein bisschen zu viel gebe, aber genau dort ist dann auch wichtig, dass meine Freundschaftsmenschen auf mich zukommen und mir sagen so, hey, schau bisher auch auf dich und ich glaube, das ist dann auch so ein wichtiger Punkt, dass man erkennt, dass es eine gute Freundschaft. Ich mache viel mit dem Herz und wenn sich das richtig anfühlt, dann ist es oft das Richtige und das merke ich auch in meinen Freundschaften. Beide Esseen himmel,